So, da bin ich schon wieder zurück, aber diesmal leider immer noch mit keiner neuen Info, was es betrifft mit dem Schaden an Gebäuden. Also gefühlt, es lädt auch kein YouTuber irgendeine weitere Aufgabe hoch, aber eine erfreuliche Nachricht gibt es für mich. Nämlich, ich habe Stufe 110 erreicht und ihr seht, Tarana in der Chrome-Version erhalten. Ist natürlich jetzt ziemlich einfach gewesen, da heute halt Aufgaben kamen, aber für alle die, die jetzt unbedingt Level 100 werden wollen, macht euch keinen Stress. Ihr werdet es sowieso werden, weil die XP Münzen sind nicht drin, dadurch bekommen wir halt für normale Aufgaben mehr XP. Also man wird eigentlich schon derzeit ziemlich stark gelohnt, wenn man einfach aktiv spielt und achtet einfach ein bisschen auf die Aufgaben und dann ist das eigentlich auch ziemlich schnell machbar. Also bleibt einfach ganz ruhig. So, wie könnt ihr den Skin auch bekommen? Ganz einfach, ihr müsst halt Level 110 werden. Zack, das so sieht er dann aus. Der Luca hat ihn ja auch schon gehabt, also hat ihn nicht gehabt, hat ihn immer noch. So sieht der Ganze dann aus. Ich will mal gerade auch gucken, wie er in-game aussieht. Einfach mal gucken, wie er halt wirklich in der Lobby aussieht. Klar, der Luca hat einen Skin auch schon gehabt, aber es ist immer noch was anderes, wenn man ihn selber spielt. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja sogar eine Schnapszahl mit meinem Level, 111. Und mich regt es halt auch auf, dass diese Feuerbrandaufgabe einfach nicht funktioniert, weil ich bin eigentlich bis jetzt ziemlich gut durch die Aufgaben durchgekommen. Aber natürlich will ich die anderen auch haben, weil ich glaube, Lara Croft bekommt man auch, wenn man genau diese Aufgabe jetzt erledigt hat, wenn man alle anderen zuvor erledigt hat. Aber dann lassen wir uns einfach mal überraschen. So, schauen wir einfach mal, wie das in-game so aussieht. Ah, ist auf jeden Fall eine nice, ey. Also, sieht schon nicht schlecht aus. Ich bin nur überlegen, ob ich dann komplett ohne Rückenaccessoire spiele. Und denn, ich weiß nicht, das Rückenaccessoire passt gefühlt halt gar nicht. Wir gucken jetzt nochmal gerade schnell, ob eventuell jetzt die Aufgabe zählt. Jetzt, warte, wo ist meine Brücke, wo ist meine Brücke, da ist meine Brücke, zack. Ich probiere es jetzt einfach nochmal mit euch aus, aber ich glaube, es wird immer noch nicht funktionieren, weil das Problem ist einfach, ich probiere es jetzt auch jede Runde, jage ich irgendwas in die Luft und habe es nicht gesehen, aber es will halt einfach nicht zählen. Ich will natürlich auch so schnell wie möglich für euch die nächsten Aufgaben haben, ist natürlich auch klar und auch für mich selber. So, wir gehen direkt zum Benzinkanister, weil eigentlich müsste ich hier, warte mal, wenn das ein Dingsbogen ist, ist es einer. Ne, ist natürlich ein Mechanikbogen. Wir brauchen aber den Uhrzeitbogen. Ich glaube, hier war irgendwo noch einer. Ansonsten müssen wir uns halt gerade ganz schnell einen herstellen. Was haben wir hier für einen Bogen? Noch einen Mechanikbogen, Leute. Oder wir probieren es einfach aus. Und noch einen Bogen, das ist der richtige Bogen. So, dann brauchen wir, zack, 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 nochmal ganz schnell. Betet einfach mit, dass es jetzt funktioniert. Ich habe auch schon die Kommentare alle gelesen. Also, jeder probiert es in jedem Modus, aber gefühlt passiert hier halt einfach nichts. Jetzt passiert einfach leider nichts. Hier kannst du alles in den Brand setzen und es passiert einfach immer noch nichts. Wie gesagt, sobald ich halt was weiß, beziehungsweise mitbekommen, werde ich es natürlich bekannt geben. Kann natürlich auch sein, dass es dann erst morgen nach der Arbeit die weiteren Aufgaben kommen werden. Weil das Problem ist, ich muss halt morgen früh um 5 Uhr aufstehen. Ich kann ja jetzt nicht hier die ganze Nacht hängen und gucken, wann gehen die Aufgaben weiter. Also, in dem Sinne, ein bisschen Mitgefühl haben, in Anführungszeichen. Gerne noch ein Like da lassen. Gerne natürlich ein Abo, wenn du komplett neu auf dem Kanal wirst. Und in dem Sinne, ich tue für euch unten mein Bestes. Und euch noch einen schönen Abend. Und haut rein.